hallo herzlich willkommen zur letzten folge vielleicht wissen wir noch nicht vielleicht haben wir noch mal zeit von anno so das heißt wir ficken die gegner jetzt gibt die armee zu nach über unsere insel zu den blauen welche blauen hat die pente doch willst du dich die angreifen doch doch gerade die wohnung mach doch mal langsam alle die schiffe müssen noch entladen werden geiles haben auch kein krieg gemacht sind nur erst mal den das verteidigungsverfahren gekündigt keine sorge ich weiß du gibst dein bestes das sitzen kann und bau was sie direkt ins auge des heraufziehen das klingt super der gelbe hat eine neue insel ist oben erobert so haben wir hier 30 fässer rum und elf säge waffenstillstand geht noch eine stunde und 15 minuten mit den gelben dann können wir wieder angreifen also falls wirklich schaffen morgen aufzunehmen wahrscheinlich nicht aber vielleicht noch mal ein stündchen dann soll ich unser handelsschiff jetzt eigentlich alleine lassen oder bleibt bekommt es weiter geleitschutz das hat erst mal ein dass weil die piraten haben schon wieder ein kanonenboot ist mir egal dann beschwerde ich nicht wenn er sich beschweren wegen paprika ich freue mich so sehr über den besuch wir warten ob es ist über sich ihre hauptinsel ne ich weiß ihre hauptinsel ist gegenüber von unserer da sollten wir da die sachen entschicken ja aber das ist uns in der nähe ja und da ist nichts da ist kein schiff doch beim gefängnis ist ein geschäft von ihr ja dann neue befehle hat mir auch aber in ihrer hauptwass ist nichts dann schickst du die hauptwass und ja das ist besser weil ich glaube wenn wir jetzt wirklich gegen die krieg führen kann unser hafen und das andere zeugs dagegen stand halten ja sollte dir überhaupt ein kriegsschiff nein ich habe ein flaggschiff alles zu ihrer hauptwass und dann einer plus 2000 jetzt läuft aber machen wir erst die hauptwass und dann die nebenwass platt weil der brett ist bei der brett übrigens gerade das ding ab die hat brand im bei ihr und nicht genug feuerwehr der brett gerade das halbviertel ab beim jupiter ich grüße dich so jetzt gucken wir auf die minimap wie das aussieht ja das königliche und wollen wir die insel dann soll ich die dann übernehmen oder soll ich dir Anteile übernehmen Anteile Anteile ja gib mehr geld oder willst du die insel haben ja dann muss ich wieder alles aufbauen naja aber die ist halt genau gegenüber von unserer also können wir da einen geilen handel zwischendurch errichten und da kommen keine piraten zwischen rein ja und dann muss ich es ist zu kompliziert mit zwei hauptelsen ne ne du lässt die zwei basen die kleine insel und die und drunter lässt ihr eigenes ding machen die handeln zwischen äh durcheinander kriegen holz dann kriegen die anderen dafür hopfen kriegen stein kriegen die anderen wieder dafür hopfen kriegen paprika ja würde die Anteile nehmen glaube ich erstmal Geld ist Geld so bei Linienschiff ist noch halt auf dem Weg ja da warte ich noch kurz Spielstand gespeichert Spielstand gespeichert Spielstand gespeichert das sieht zwar kein aus Stadtfest in Minenstadt hat begonnen wow Party wir haben kein Feuerwerk heute ist gedenktag dauert er feiert 30 minuten zufriedenheit arbeitskräfte produktivität baukosten runter erst du dann die königin alle schiffe stehen schon in formation bis auf das eine das kommt noch die herr die piraten hat uns gedroht wir sollen von ihren schiffen fernhalten die weiß was gesund ist weil das eine einfach kannst du sofort der krieg beginnen also die hat segelschiffe die japaner rin doch jetzt ein paar segelbötchen so handelsschiffe und ein flaggschiff ich glaube schon 15 sekunden kannst du es machen koordinaten eingezeichnet ich stelle die schiffe auf dass sie auch drauf schießen können okay mach ich bin bereit dann absolut zu drücken krieg einfach so die eine hat uns auch krieg erklärt wir haben jetzt auch krieg gegen die andere als die hat denn weil die ein bündnis haben aber ich guck grad die hat nichts wir haben krieg aber auch krieg gegen den allerdings wieder die einfachste anlösungen auch scheiße Ich ziehe es lieber auf was anderes Ja! Nein! So close Anteile veransprochen Soll ich den Friedsvertrag annehmen? Nö, übernimm die Insel Wieso fragst du mich eigentlich? Wir haben uns angeboten Friedsvertrag zu machen Sie haben einen Fluss gewonnen So Soll ich die Japanerin als nächstes angreifen? Ein Schiff wurde zerstört Ne, das war unser Handelsschiff Weil das hat keinen Geleitschutz mehr bekommen Bla bla Äh, fahr hoch und mach die gelbe Ich gebe auf! Ernsthaft? Du kannst mich jetzt... Hast du denn alles vergessen, was ich dich gelehrt habe? Äh, der gelbe hatte auch so ein paar Stiftchen unterwegs Die kommen auch ganz gerne alle abpacken Einen Funkeln Was ist die Kleinte? Ja, ja, ach, alles über alles mit dem, du weißt doch Überhaupt irgendwer irgendwas Alle nur Handelsschiffe Ne, denen kann ich nur Geleitschutz geben Meine Mutter, die Kaiserin, sendet mir Schiffe Feind in Sicht Wenn ich den gelben kann ich nicht angreifen Seine Schiffe kann ich nur mit Geleitschutz geben Kannst du die Dings angreifen? Die Base von dir? Ich geh auch an die Base Ne, geht nicht Geht nicht Wenn du Rechtstück machst, dann geht einfach nicht Hallo, alte Sacken Wer soll ich jetzt angreifen? Äh, die Blaue Oder soll ich jetzt erstmal in die Base gehen? Ne, ja, fahr die Blaue Also ich würde die Blaue über uns Also direkt über uns, wo ich meinte, die kleine Okay, aber erstmal fahr ich in die Base zum Heilen Ja Weil ich glaub von den Türkisen dahin Kommen erstmal nichts Die schickt euch das eine Schiff gegen uns Also ich zeig jetzt mal wie das geht Schau Ne, gleich Ich zeig euch jetzt mal wie das geht Uuuuund abgelehnt Also dieses eine Schiff tut mir so leid Es fällt direkt auf unserer Flotte zu Es fällt direkt auf unserer Flotte zu Es tut mir nichts zu leid Es tut mir nichts zu leid Nicht nur eins, aber einfach Es tut mir nichts zu leid Nicht nur eins, aber ein paar Und tschüss dem Schiff Die sind total robust, die Dinge, ey Ey, das ist ein gegnerisches Flaggschiff Alle machen Feuer auf das Flaggschiff Schatz Was baust du auf dem Platz für ein Schiff? Geh dir ein Schiff Das wurde aus dem Weisen von bezahlt Ey, die wollen uns 30.000 geben Ich binfrieden Die Erserven Nö Das ist das Schiff So, und zurück in die Homebase zum Heilen Und Abgeben Ja Was wir gerade erbeutet haben Auch gut Ist, äh Dass die Die können, äh Die machen Du kannst ein Defensiv am Korb machen Eine Allianz, ne? Aber da kann jeder einzeln wieder, ähm Frieden machen Und hier sagen, ich helfe jetzt nicht mehr Ready Achtung Abbie, 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 abbie Das holt den Loot Irgendwer hat es wieder weggeklickt Ich will noch den Loot holen Ah Ich stehe ein Meter vom Blut und trägt ab Dankeschön Kluge Idee So 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 viel Spaß Unsere Linie schifft sehr viel am Rücken Ja Ja Aber es heilt sich Was ist das mit dem Heilungspaket Fakt doch mehr als die Hälfte vom Leben Alles gut Ja, das ist das mit dem Heilungspaket Das heilt sich Alles gut Was bringt es hier eigentlich hoch zu gehen vom Level Hä? Was es eigentlich bringt vom Level hoch zu kommen Mit Open Link steht so Level die Chromiker Aktuelle Profilstufe unter Rücksichtung der gesamten Bevölkerung des Imperiums Wir höheren die Stufe, dass wir Einfluss haben sie Aha Das war jetzt leicht erklärt, ja? Ja, total leicht Du weißt, du hast einen Haufen Items in dem Ding, ne? Ja, ja Moral steigen, Glauben steigen, Reichweite ist damit erhöht Wir machen das Beste aus uns Wir machen das Beste aus uns Du kriegst gleich ein ganz tolles Item Ja Ja Ist da ein Problem mit den ganzen Items? Da, wo du denkst, dass das am glücksten ist Stehe Stehe Welches Schiff brauchst du jetzt? Wieder an den Schiff gleich Wieder an den Schiff gleich Ja, und es wird noch eine Kanone In der Zeit können die anderen schon mal heilen Oh Die Bauinsel ist doch ziemlich klug Was hast du jetzt gebaut? Ein Hafen ist dabei Was macht die? Da kann ich Items rein tun Wow Spielstand gespeichert Ja, aber da vorne Wir haben viele Änderungen, hoffe ich Wir haben so viel Geld Ich könnte uns einen Zug kaufen Und was hat Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht Wie ich dachte Ich muss jetzt mal alle Schiffe durchklicken So, was habt ihr denn alles so erbeutet? Ich kann nicht glauben, wie Oder einer hat irgendwie Fahrräder Oder einer hat Schweine So, woher kommt die Schweine Sie haben an Einfluss gewonnen Bierfest Hey, bei dir ist Bierfest Lass uns doch mal die Party sprengen Das eine Schiff halt noch Ja Ja Bei welcher ist Bierfest? Oh, drüber Direkt drüber In Diverhorst Diverhorst Ja, wir müssen wir schon aushalten Das heilt ja noch auf dem Weg Oh, geil So, alle rücken sich breit Und dann geht's los In Gruppierungen Ja, läuft gut Alle in der Gruppe fahren zu lassen Finde ich ja auch Ja, mhm Bloß das eine muss sich da jetzt Irgendwie durchdrängeln Ja, aber die zwei fahren gar nicht Zwei ledigen Schiffe Die warten bis das eine vorgefahren ist Ne, die fahren gar nicht Doch Jetzt WTF Alter Noch länger In einer Gruppe Die Gruppierung Sammeln wir es doch erstmal hier so Ja, und dann lächst du die Linien Schiffe vor Damit die nicht Wir können die Frikatte verlieren Weil es die Linien Schiffe überlebt ist Das geht nicht Die Linien Schiffe sind so oder so schneller Die werden niemals nach hinten gehen Die Frikatten doch Du lässt einfach ein Außerhalb der Reichweite vom Hafen Alle warten Dann schickst du ein Linien Schiff rein Und dann den Rest Und nein, wir haben da Eine Geschützstellung Nicht mal eine Kanone Nur eine Geschützstellung Nicht, dass wir noch sterben Also schick jetzt die drei nach vorne Sehe ich das richtig? Ja So, und die anderen lässt du hinterher fahren So lange bis die den ersten Schuss abkriegen Und dann Drückst du auch noch an Erstmal muss das eine sich hier durchquetschen Damit die drei überhaupt erstmal fahren können So, das heißt die drei nehmen Kurs auf die Insel zum Angriff Und der Rest fährt an die Seite Und hält sich noch raus Ich habe das Gefühl unsere Linien Schiffe werden gleich eingeholt Wirklich? Du musst mal Du musst in eigenen Schiffen Das arme jährlich im Bierfest Okay Schiff unter den Schuss Und jetzt gib ihm Jetzt alle mal an Angriff Wieso greift ihr das da an? Das ist unwichtig Wieso greift ihr das da an? Warum greift ihr das zu kleinem Wum an? Hör auf die Leute überhaupt auf Angriff zu stellen Schick sie einfach nur zum Fahren hin Das ist eine Sch microscopische Jetzt wir uns nicht mehr als Blatt Alter EIN Schuss Der Hafer So viel Schuff war dort Von EIN Schuss Der Hafer Schuss. Admiral anwesend. Oh, der Rest ist anwesend. In die Tangelage. Als nächstes raubst du noch den Kindern ihre Nachtdecke? Ja. So hässlich war es jetzt auch nicht. Was hast du jetzt gemacht? Noch nichts. Übernimm's. Ist genau oben drüber. Der gesamte Verkaufserlös kommt natürlich der Stiftung zugute. What the fuck. Wie ist als nächstes die Erfahrung drin? Du bist gerade den großen Willy in die Krille. Sogegeben. Sieht ganz aus, als wären meine Leute zum Camping überholt. Geil, sie hat aber ein paar dicke Dinger. Danke. Ich weiß, dass ich ein paar dicke Dinger hab. Braucht er Holz. Dann bau dir, äh, ein kleines Schiffchen. Da werden keine Piraten entlang gefahren. Ja, ja. Hab's sogar für dich gebaut. Wo soll ich dir ein großes bauen? Die von dir. Na, ich bau dir ein großes. Sobald das Linien-Schiff fertig ist, wird ein Kipper gebaut. Also in 3000 Minuten gefüllt. Gefüllt. Ja. Das Schiff, wo der Captain drauf hat, ne? Was Heilung schon selbst Reparatur 3000 hat, ne? Ja. Ist jetzt am reparieren. Guck mal, wie schnell das aufheilt. Na, sofort. In unserem Hafen. Ja. Das eine mit dem grünen Zahn. Mehr als bei Rack. Ja. Geht leicht ab. Ein bisschen. Uns fehlen Waren. Wir kümmern uns hier um alles. Oh Mann. Ich hab schon echt mega Bock, das weiter zu zocken. Tja. Guck mal mal. Da. Zedrick, gefällt dir denn überhaupt das Spiel? Nein. Ich bin schockiert. Also, ich hab's gerade. Einfach so? Was würdest du denn jetzt in der Zeit, in der wir Anno gespielt haben, darüber sagen? Ähm. Ist ein solides Spiel. Ich denke aber, wenn man es einmal durchgespielt hat, reicht es dann auch. Die DLCs sind eindeutig zu teuer und haben nicht genug Inhalt. Ähm. Ich weiß nicht, wo die Langzeitmotivation sein sollte. Ich meine, das ist ein Spano, aber ich meine halt bei Stellaris, das kann ich immer wieder spielen, weil alles zufallsgeneriert ist und random und immer irgendwie andere Gegner und hier, naja, die Inseln sind zwar verschieden groß, aber ich baue halt doch jedes Mal genau die gleichen Hütten und genau exakt das gleiche, weil es gar keinen anderen Weg gibt. Also würdest du's dir eigentlich doch nicht holen wollen. Ich weiß es nicht. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man durch das so viele Stunden spielen würde, weil das ist halt so. Weißt du, was der Lager ist, nehmen wir an, guck mal, ich spiel ein Spiel, dann sage ich, okay, jetzt gehe ich auf Laserwaffen und ich will krasse Schilder haben und ich will aber voll die Wissenschaftler sein. Und dann im nächsten Spiel, ja, heute mache ich nur so richtige Sklavenhalter und alles und hier, ich baue halt, jeder baut exakt das gleiche, es ist nur ein Rush, wer als erstes, wer am schnellsten bauen kann. Naja, wir wissen ja aber auch noch nicht, nicht, wie es weitergeht. Wieso? Naja, was passiert jetzt zum Beispiel danach, nachdem hier, du, wir haben noch nicht mal die Eisenwarnen hervorschelt. Ja, weil das nicht geht in der Demo. Deswegen haben wir das noch nicht getan. Aber Arno wäre jetzt so nichts für dich. Ah, weiß ich nicht. So, Zwiespalt. Also, ich, ich mag, ich spiele es gerne, aber ich weiß nicht, ob ich das, das hat so ein Spiel, das würde ich mir dann kaufen und dann, in so, keine Ahnung, nachdem ich das so vielleicht 50 Stunden gespielt habe, dann ist es vorbei und so, dann werde ich das wahrscheinlich nie wieder anfassen, sonst müsste ich mir irgendeinen teuren DLC wiederholen und dann, das ist halt immer so ein bisschen, äh, ich weiß es nicht, also, wenn es irgendwann mal so, keine Ahnung, günstig ist, für 5 Euro oder so, ja, was kostet es denn aktuell? Äh, 34,99. Oder war es 32, egal, es war auf jeden Fall mit 30er für euch. Hm, nein. Das ist, wenn ich mir überlege, wie viel Inhalt ich zum Beispiel bei einem Civilization 5 mit allen DLCs kriege, für 5 Euro oder so, oder 10 Euro im Sale, pfff. Ist aber gerade am günstigsten bei Ubisoft. Ja, mag sein, aber es ist halt immer noch teuer. Also für das, was es liefert. Ja gut, wir wissen ja nicht, was es komplett liefert. Aber, wie gesagt, also, es ist, für den Preis des Schützenkeitsverhältnisses hier nicht. Also für 35 Euro hierfür ist, äh, zu teuer. Selbst 20 Euro ist zu teuer, also, 5 bis 10 Euro für das Grundspiel, welche zu zahlen, ja, nicht. Ja, ich weiß, was ich nicht. Besser. Ist das bei dir auch Nacht geworden? Nein. Bei mir ist helliger Tag. Du konntest die Tageszeit ja ändern, das ist alles. ich sehe nur drei große schiffe wo sind die restlichen schiffe schiff und der beschuss schiff vom stapel gelaufen schick das schiff hier hoch neue befehle hallo die kam sogar status effekte hallo wie fährst du denn was ist denn noch schlimmer auf dass keiner was passiert ja zerstört was ich da gerade tun ja, das war eigentlich gescheit der Hafenstadt ist ein Stadtfest, erntedank nimmst du sie auch? dann ist sie komplett ausgelöscht ich hätte euch bedenkt, welche Schande über mich hereinbrechen würde das ist ein Schmach ich hätte aus dem Palast gehen sollen in einer der kleinen Bergprovinzen um dort ungestörte Mondlicht zu warten das haut mich in den Socken woher hast du nur diese Insel? woher hast du nur diese Insel? soll ich denn jetzt seine Hauptbase attackieren oder wie läuft das jetzt? Konkurren wurde vernichtet soll ich jetzt auf seine Hauptbase gehen und den Gelben noch attackieren oder? geht nicht ja, der rüstet mich ein bisschen auf das könntest du da gar nicht verhindern weil er noch ein Ding ist es ist noch stehen die Piraten sind als nächstes dran die Frau können wir nichts machen wir können nur gegen die Piraten wir sind stärker als die meinst du? militärisch erst die kleinen Schiffe überall mal wieder töten soviel wie es geht heilen und nimm mal den Lootfleisch noch mit ja das mach ich gerade aber die Schiffe wirst du wie langsam die sind? ja wir lassen die in der Gruppe fahren dass einer von uns beschädigt Spielstand gespeichert und schon auch wieder also die größten Schiffe sollen das einfach machen weil es so viel Ware ist hm wirklich, müsst ihr euch jetzt rammen? natürlich wir müssen jetzt hier nicht Rambok spielen, ja? doch habt das jetzt alle, ja? nö doch nirgendswo liegt mehr Land äh nirgendswo liegt mehr Loot Land ja Land ja Land soll ich schnell mal an dein Kipper ist gerade am bauen ne da liegen sie falsch ja auch dein Kipper wird gerade gebaut dann kannst du überall auch mehrere ja ich hab schon gesehen das ist eine zweite Bootstation ja hast du da drauf gebaut? oder? ne Fregatte guck mal, ob wir eins wieder kaufen können hier hat er zu verkauf ein Flaggschiff ne Fregatte Geld sagt ja so seht ihr aber der Krieg ist jetzt vorbei ich würd sagen jetzt machen wir hier einen Cut wirklich das war jetzt ist das jetzt das Ende scheinst du wir haben alle besiegt ah wir werden die gelben besiegt die blauen die türkisen vielleicht schaffen wir es noch morgen mit den Piraten weiß ich nicht wir müssen ja auch noch töten der gelbe können wir erst alle können wir noch gar nicht so früh angreifen ja aber ich würd schon mal sagen dass wir gewonnen haben wir haben wir haben die wir haben die wir haben die meisten Schiffe ja plus ne Fregatte hab ich grad noch gekauft die nach oben mit uns schwimmt also gut gut ich bin ziemlich sicher dass wir eigentlich damit jetzt gewonnen haben ich denke auch also wir danken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen dieses schönen Projektes falls wir es irgendwann weiterführen ihr werdet es sehen und ähm ja vielen Dank fürs Zusehen ich mach hier nochmal so ein ein kann man hier den Foto Modus machen schönes Foto von all unseren Schiffen oder wie naja wo gibts denn hier den Foto Modus nochmal ich hab schon wieder vergessen scheiß egal musst aber noch warten da ist noch ein Flaggschiff unterwegs ne ne Fregatte dann musst du ein Bild machen das ist noch ein bisschen Zeit ist zu suchen hm also den Knopf hab ich gefunden ja guck mal das nächste Schiff ist fertig dein Handelsschiff ist jetzt fertig wo sind noch meine Karten abgeblieben wir könnten übrigens eine neue Region wirklich erkunden ne ja ja das ist noch äh Patrick ich glaub du unterschätzt ein bisschen das Spiel weil ich glaub noch dass wir äh gerade mal 5% des gesamten Spiels gesaufen ja doch nein ach jetzt ist noch ein Schiff vom Hafen runter so dann jetzt kannst du ein Bild machen von all unseren Schiffen Bling und Arturian auf unserer Hauptstadt du hast also ein Thumbnail benutzt am Ende wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Projekt machts gut haut da rein bis dahin tschüss tschüss bis